Hallo Anglerinnen und Angler, heute werde ich auf dem Moldau angeln und Ihnen ein neues Produkt vorstellen, den Kescher für Raubfische Fenzel Predator Premium Pro. Der Kescher hat ein einzigartiges Ganzmetallzentrum, das Sie einfach mit der Hand entriegeln und hochklappen können. Wir verschieben die Grenzen weiter. Mechanische und magnetische Befestigung für noch mehr Komfort beim Angeln. Natürlich gibt es ein Universalgewinde, eine Teleskopstange mit Arretierung und eine Auswahl von zwei Grifffarianten mit 360 Grad Drehösen. Sie haben die Wahl zwischen Keschern mit Silikon oder Gummennutzen. Auch in einer schwimmenden Version erhältlich, die ideal zum Warten im Wasser ist. Stellt euch euren Kescher bei uns zusammen. Fenzel ist revolutionär.